Hastajanupaschimottanasana ist die Vorwärtsbeuge mit Händen an den Knien. Eine Variation der Vorwärtsbeuge für Anfänger und Menschen, die entweder nicht so flexibel sind oder bestimmte Rückenprobleme haben. Du gibst einfach die Hände an die Knie, wölbst den Brustkorb nach vorne und ziehst die Zehen zu dir hin. Und auch wenn das für Kinder jetzt extrem einfach ist, für viele, die am Anfang des Yoga stehen, ist das schon eine ausreichende Vorwärtsbeuge. Grundsätzlich gilt ja, für die Mehrheit der Menschen ist es gut, am Anfang sich zu bemühen, in der Vorwärtsbeuge den Rücken relativ gerade zu halten und lieber die Hände nicht so weit nach vorne zu gehen, als zu weit den Rücken zu beugen. Beach-Groos